Ja, links neben hier. Heiko hört, komm. Positiv hier, komm zu mir, komm zu mir, links zu mir. Ja. Äh, grad Sicht aufgebaut, wir machen Schussbereich. Äh, siehst du den? Ne, Moment, noch wo? Da hinten in diesem Gebäudekomplex. Ein Mann. Jo, seh ich. Heiko! Ja, hier. Hier hat Schussfeld, ne? Ja. Positiv. 330 Meter, warte kurz. 330 Meter. Crosswind von 1,29. Hey, ne? Brauch ich noch kurz? Ich will auch um Fahrzeuge herumgucken. Steht. Scheiße, hier sind so viele Feinde. Eingang stehen. Elite Echo, wir müssen feiern, sonst werden wir entdeckt kommen. Okay, Feuer frei. Zieh mich zurück. Okay, zurück. Rück hier. Ich feier ein. Ja, rein weg. Ja. Bist du? Eko. Spirit, wo bist du? Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich kann nicht schneller. Ich bin getroffen. Er schießt auf uns. Ich check das mal kurz. Ich komm gleich wieder. Ich krieg Beschuss rein. Lebst du noch? Lebst du noch? Lebst du noch? Spirit? Hier, Eko. Melde mich im Funkkreis. Spotter ausgefallen. Keine Ahnung, woher steckt. also drauf. Uhrihr Mayor. User left your channel. Scherzlich. Ich kriege das, ent G ancor nicht gere filmed. Nein. Ich sehe es. Wo schießtjektos? Was weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich sehe gar nichts. Ich hab Rauch im Gelegt, jetzt lassen wir mal hier. Bob, wo bist du? Ja, neben dir. 240 da hinten irgendwo. Oder da, wo der Rauch ist. Ich hab keine Ahnung, was der denn von uns ist. Ich seh's, ja. 230, da genau der, das ist fein. Hab ich den getroffen? Er ist tot. Ja, 2. tot. Jetzt können wir noch mal beschluss sein. Lebst du noch? Ja, ich lebe. Rechts hinter dir. Ich lade. Oh, ein Schuss. Ah, scheiß, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Alter. Alter. Alter, ich bin mir arm. Alter, scheiß, ich bin getroffen dran. Komm zurück, komm, komm zurück. Ja, warte, was schon? Wir sind von anderen Ding. Der ist auf 210 Grad irgendwo. Guck mal, ob du den findest. 210. Ja, ich sehe es nicht. Oh, von links! Oh, ich bin getroffen! Wir müssen hier weg! Keine Chance, geht nicht! Ach, du Scheiß! Lebst du noch? Ja, ich lebe! Ich verbinde mich! Oh, mein Gott! Das ist nicht wahr, also... Ich glaube, einen haben wir da noch vermischt, da hinten. Und Bergkamp habe ich auch noch einen. Ich werde ein Fahrzeug hinter uns. Nordwestlich sind die. Nordwestlich machen wir nicht. Ich muss erst mal kurz mein Inventar zusammen rechts drücken. Dass ich auch Granaten habe, wenn ich sie brauche. Oder Munition. Ja, hinter uns kommt Fahrzeug irgendwas. ATV oder sowas? Kann es sein? Irgendwie ATV. Ja, du Scheiß. Der ist in unsere Ohren. Hier, aussteig! Hier, aussteig! Hier, aussteig! Silberturm! Raus, raus, raus! Zurückkommen! Keine Chance, hier geht nichts! Sissi! Das war euer ATV schon. Scheiße! Die sind auch immer halbtot. Ne, doch nicht. ATV ist kaputt. Nein, ATV lebt auch. Ihr habt uns doch dahin den Lot, der Kerober. Warum sagt denn ihr nicht? Hier, ihr, pass auf! Hier, Richtung Süden sind Feinde und Richtung Nordwesten. Scheiße! Hier, guck mal, dass wir Süden machen, macht ihr Nordwesten. Jo, wenn ihr Hilfe braucht, dann... Wir brauchen Garantiethilfe. Hissi, du hast die CLU, du scannst. Ich gehe dann vorne an die Ecke. Schnell! Ja, aber... Unser ATV funktioniert doch! Das steht doch mal hier! Ja, aber scannen damit... Ja, aber scannen damit... User left your channel. Ja, war gut, war gut. Hier. Da habe ich eine Blu an. Vielleicht beschossen wir da rein. Von irgendwo. Ja, ich auch. Oh, von unten, direkt von Süden! Ja, von links! Ich gehe weg! Ne, ich stehe hier nicht! Kommt mal hier auf unsere Seite! Steh, steh scheiße hier! Im Süden ist die Helle los, kommt hier runter! Wo? Südlich. Im Süden ziemlich weit weg irgendwo. Ja, 180. Zwischen 160 und 200. Wo ist er? Was ist denn da? Infanter. In verdrehen. Im Süden ist die Helle los, kommt hier runter! Ja, ich habe ein... Ich habe ein... Holo! Was finde ich dabei? Hier, wo? Ich habe ein Ziel! Ja, Moment! 155 Grad Infanterie! Scheiße! Sissi! 150! Hast du mittlerweile was gesehen? 155, ja! Schießt auf uns! Schießt auf uns! 435 Meter! Weißer Infanterist! Ich sehe ich nicht! Eine einzelne Infanterist! Ja! Ne, deswegen da unten... Spübelt! 150 Grad! 400 Meter! Bei so einem Baum! Ich sitze gerade hinterm Busch! Schießt auf uns! Du bist vor mir! Schießt da mal drauf! Ich sehe es nicht! Da unten! Ich seh'n! Ja, sehe ich! Treff dich ausm Sch... Hat's ihn hingelegt! Hat's ihn hingelegt! Geh wieder zu Ben hoch! Ich hab mal ausm Auge verloren! Er ist immer noch da! Selbe Stelle! Auge, Auge, Auge! Ich kann nicht ausm Hüfte schießen! Ich kann nicht ausm Hüfte schießen! Geht's nicht mehr! Ich muss mich hinsetzen! Pass auf! Ja! Ja! Scheiße! Ziti! Weiß nicht, ob er drückt ist! Auf jeden Fall gewicht zu tun! Da blutet was! Schieß nochmal drauf! Ich hab da hinten hingefahren! Oh! Scheiße! Ich bin gebrochen! Oh! Oh! Ja! 200! Scheiße! Ich hoffe, ich hab noch mehr die Kits! Und Blückbandagen hier! Ich geh mal hinter den Stein! Schau! Ich brauche es sehen! Gott! Nebst du noch? Ja, ich lebe noch! Ich kenne kein feines Schussfeld! Ich kann mich nicht hinlegen! der ist ausgeschaltet das war ganz nah ja der sitzt irgendwo dahin bei 200 grad das ist ziemlich steck geworden dahinten schoffen da lebt doch wer von oben stecken wir uns ein bisschen wir sehen einzelne feinkräfte der war direkt neben mir ich habe nur noch auf einmal schwarz gesehen wir werden jetzt versuchen weiter richtung vorzustoßen hast du den negativ negativ besteht direkt vor von der anderen seite wieder wir müssen hier weg das geht nicht die teko wissen so was für den marsch er schießt einer von uns ist eine von uns naja aber unten die werden von den linken zu schossen oh gott wo ist getroffen ist tot eugen ist tot tot weiß nicht von wo beziehungsweise liegt hier ich zieh zurück in die ecke wir haben gesagt von der restung haben die ordentlich kontakt gehabt ja hallo hallo ja also uns geht es gut wir haben noch ein paar im dorf da haben wir auch den mörser ausgeschaltet da könnt ihr mal reingucken ja gute position zum schießen ist hier auf 290 kann man zwischen den beiden steinen liegen schoss und hier weg von wo war das da unten im tal vielleicht unsere alten ja man ist ausgeschaltet äh einen vielleicht existiert der zweite auch noch also einen haben wir vorhin ausgeschaltet schuss wieder von wo denn von unten irgendwo ja wir gehen mal wieder runter auf 270 nachdem wir hier... da ist tot sehr gut dahinter ist noch einer oder Ich sehe die Schüsse einschlagen, aber ich sehe keinen Feind, auf den die D schießen ist tot, der ist tot, der ist tot. Haben wir den anderen auch? Der andere weiß nicht, ich sehe nur den vorm Stein. Ja, ich habe rechts vor einer und einer direkt vor Ort auf 2,70 oder so. 2,70 ist tot. Oh, hier sehe ich das Dorf. User disconnected from your channel. Mösser ist nicht besetzt, ist tot. Aber der hier im rechten Dorf, keine Ahnung. User joined your channel. Zweiter Mösser ist tot. Moment, jetzt sehe ich nicht. Oh, Kontakt! Hinten im Dorf. Wo? Äh, einen habe ich ausgeschaltet. Einer ist tot. Mitten im Dorf. Aber von links kamen noch Schüsse. Ne, ist ein Stein. Da hinten schießen sie irgendwo ins Dorf. Moment. Ja, da sehe ich Infanterie. Ja, nimm den, nimm den. Der schießt auf mich. Ich sehe ihn nicht. Ne, kommt auch aus dem Dorf raus. Der ist links hinter dem Komponent. Ich habe ihn getroffen. Sehr gut. Ah, ich sehe ihn. Der ist tot. Der liegt. Ist tot. Sehr guter Schuss. Und hier ist super. Glaube ich. Das ist ja eure Einschätzung. Wir sehen vor allen Dingen einiges. Hier ist echt gut. Habt ihr noch ein paar Thermalsichtungen coole? Ja. Oh, da unten direkt, gell? Das ist nah. Wenn er jetzt schießt, dann kommen wir oben. Oh, ja. Hier unten sehe ich. Ah, die ganze Fucker sehen uns bestimmt schon. Ja, die haben sich hingelegt. Die haben uns gesehen. Ach, komm. Habt ihr die jetzt schon wieder? Oh, fuck. Das kann nicht wahr sein. Komm, wir haben ab, Bob. Wir gehen hinten. Wir gehen in andere Säcke. Oh, hier ist das Komponent mit den... Na! Beschuss! Durch Beschuss rein! Zurück! Das ist unser eigenes Team da oben links neben uns. Hörst du mich? Lebst du noch? Äh, Elite Echo. Äh, Checkfire, Checkfire. Nein, das ist feindlich. Feindlich, feindlich, feindliches Feuer von aus dem Dorf. Ich komm hier überhaupt nicht weg. Null. Die sollen das Ding in den Durchbeschuss nehmen. Mit irgendwas. Granaten, Unterlaufsgranaten. Oh Gott! Elite Echo, wir brauchen die Popper. Unterstützen Richtung 033 010. Der Compound kommt. Der Compound kommt. Der Compound kommt. Der Compound kommt. Ich seh's nicht. Oh mein Gott! Ich will in den Steinen rein. Und wo schießt's denn? Der Compound kommt. 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 Seht ihr was? Nee, kein Feind. Der Compound kommt. Nee. Der Compound kommt. Der muss hier weg sein. Ja, ich bin, ich bin sicher. Äh, ziemlich. Aber ich seh keinen Feind. Ah, ist der noch da? Ja, hier. Hier, Männer links neben uns. Guckt mal in das Compound unten rein. Seht ihr da irgendwas? Ja, wir checken gerade. Spirit ist unter Beschuss. Und zwar heftig. Der kommt nicht raus. Der ist festgenagelt. Ja, ich seh leider auch nicht was da. Ich glaub, ich komm mal ein paar Daten an. Okay, Spirit, komm. Komm, komm, Spirit. Hier, hier, hier. Hinter dir. Hier. Hier. Hier, 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 hier. Hier, hier. Hier, hier. ich hab noch 3 Bandagen dabei Alpha 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 ich hab 3 kleine Ausrichtung Richtung Westen das Richtung Westen da kommen wir doch her ok wir müssen mal gucken wo Delta ist Delta liegt da komm mit hier irgendwo hinten Delta lag da vorne hinter dem Stein die gehen da alle hin gerade nach Delta ja da sind bei den Delta Fuzzis sind die irgendwo hier oben muss ich doch Sicht bekommen auf irgendwas gibt es doch nicht Alpha Bewegung auf 033 013 ich nehme an der ist bekämpft sonst würde er schon nichts schießen jetzt kommen wir gehen da hinten hin von vorne irgendwo ich hab den Schuss reingekriegt ja ich auch da links hast du was gesehen? ja ich hab einen gesehen ich sehe an zu hoch zu hoch ja sehr gut ist weg was Gott sei Dank fuck ich nulle neu ein hast du ne Entfernung? doch ungefähr ja warte 200 schätze ich mal 150 100 125 ha ha meine schritte ich lade ich lade ich lade oh guck mal ob wir hier was kriegen oh hier rumdrehen rum den Bob da oben am bergrücken auch da welche die laufen zu den anderen hoch ich habe berg rücken bitte berg rücken diese darum hin und herren wie aufgescheuchte hühner liegt hier echo das waren wir mit der acker wir haben eben gerade mit der acker geschossen wir sind südlich eure position kommen du mal dem werk kam dann noch mal an dass da nichts ist weil da geht jetzt unsere truppen hin da sehe ich keine bewegung mehr heute weg ist aufgewacht oder seien nur so aus geht er kommt mit einem panzer schützenpanzer unter uns links 340 ja ja ja